Und dann habe ich gespürt, wie der Schädel einfach nachgibt, weißt du, weil mein Tritt zu stark war. Und es hat mir komplett den Schädelplatz weggezogen. Kann man das hier nicht noch irgendwie so richtig schön rein, weißt du, so ein bisschen so? War doch nicht zu viel. Das ist jetzt ein schönes 10-Sekunden-Instagram-Video. Wir sind hier vorne. Nein, 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 nein. Man sieht sonst, dass das zu sehr gespalten ist. So ist schon okay.